Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Ich möchte heute einen Kommentar mit euch teilen, den ich vielleicht schon ein bisschen vorher, vor ein paar Tagen hätte vorlesen können. Sehr schöner Kommentar, über den ich mich gefreut habe und zwar der folgende. Muho ist ein Heretiker. Wie er ja selbst schon sagte, man soll ihn nicht als Buddhist ansprechen. Richtig, das ist er nämlich auch nicht. Also habe ich auch vor ein paar Tagen gesagt, ich bin kein offizieller Vertreter des Buddhismus. Am nächsten kommt da wahrscheinlich der Dalai Lama. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama wird er manchmal genannt. Überraschenderweise oft auch in ganz normalen Medien. In Amerika wird er auch der His Holiness, the Dalai Lama genannt. Wobei man auch beim Dalai Lama hinzufügen muss, dass er nicht für alle Buddhisten spricht, sondern nur für genau genommen einen Teil der tibetischen Buddhisten. Selbst im tibetischen Buddhismus gibt es einige, die sagen, ja aber für uns spricht der Dalai Lama nicht. Aber ich bin nicht der Dalai Lama, ich bin keine Heiligkeit, ich stehe noch nicht mal für den Zen-Buddhismus. Das habe ich immer wieder gesagt und das hat der Kommentator richtig erkannt. Ich freue mich darüber, denn offenbar erkennen das nicht alle Zuschauer. Manche glauben immer noch, dass ich irgendwie offiziell den Buddhismus zu vertreten habe. Trotz der 30 Jahre langen Sazen-Praxis, fährt der Kommentator fort, ist sein Sinn für das Geistige und Heilige verkümmert. Mein Sinn, Muros Sinn für das Geistige und Heilige ist verkümmert. Trotz der 30 Jahre, oder vielleicht ist es ja auch weil, wegen der 30 Jahre Sazen-Praxis, es könnte ja auch damit zu tun haben. Wenn ich mich recht erinnere, soll es da mal einen alten indischen Mönch gegeben haben, der nach China kam und vom chinesischen Kaiser gefragt worden sein soll. Was ist die allerinnerste Wahrheit, das Allerheiligste im Buddhismus, bitte verrat es mir. Und da soll der behauptet haben, offene Weite, nichts von heilig. Also ich bin da wahrscheinlich nicht der Erste, bei dem das Heilige ein bisschen verkümmert ist. Und derselbe indische Mönch wurde dann später nochmal gefragt, oder gebeten von seinem ersten Schüler. Ich bin zu dir gekommen, weil mein Geist keinen Frieden finden kann. Bitte, bitte hilf mir, meinem Geist Frieden zu geben. Und der indische Mönch sagte ihm, okay, dann bring mir doch mal deinen Geist. Bring mir deinen Geist und ich werde ihm Frieden schenken. Und der chinesische Mönch, der dann später zum zweiten Patriarchen des Zen wurde, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber ich kann mich ja auch täuschen, ne, der suchte und suchte und suchte nach seinem Geist und konnte ihn nicht greifen, ne. Letztlich war da nichts. Und als er zum Bodhidharma sagte, der Geist ist nicht zu greifen, da sagte Bodhidharma, guck, ne, dein Geist hat seinen Frieden gefunden. Insofern vollkommen richtig, ne. Bei Muho werdet ihr vergeblich nach heiligem, geistigem, erbaulichem suchen, ne. Muho verdreht und entkernt die Buddha-Lehre und macht daraus seine eigene nihilistische Irrlehre, die er rational zu begründen versucht. Wobei es mir selten gelingt, ne, bei dem Versuch, das alles zu begründen und irgendwie rational Ordnung reinzubringen, verheddere ich mich immer wieder in mein eigenes Geschwurbel. Und das habt ihr auch schon festgestellt, ne. Da freut man sich als Zen-Mönch, wenn einem das gesagt wird. Er hat die Buddha-Lehre entkernt. Deshalb auch dieses Sprüche klopfen, Zen ist gut für gar nichts. Das Leben ist wunderbar. Es gibt keine Erleuchtung. Mit Karma kann ich nichts anfangen. Im Herz-Sutra will man auch noch ein Mantra verkaufen. Es gibt nur dieses eine Leben und so weiter. Also ich weiß nicht, ob der Fragesteller hier eher aus der tibetischen Richtung kommt oder aus der Theravada-Richtung oder da vielleicht auch breit sich eingelesen hat. Also für ihn scheint das sehr wichtig zu sein, dass es durchaus eine Erleuchtung gibt und einen Weg zur Erleuchtung. Und das sind die vier Wahrheiten und die zwölfgliedrige Kette des Entstehens und Vergehens. Das Leben ist nicht wunderbar, sondern das Leben ist Leiden. Buddhismus ist gut dafür, den Weg aus dem Leiden herauszufinden. Und natürlich gibt es Karma. Das ist ja das, was uns an Samsara fesselt. Und erst wer sein Karma vernichtet hat, der wird den Weg aus dem Samsara finden und endlich das Nirvana erlangen. Und das Mantra am Ende des Herz-Sutras, das ist ja gerade das Herzstück. Also das werden zumindest die tibetischen Buddhisten glauben. Insofern mein Gefühl ist, das ist jemand, der vielleicht weniger vom Theravada als vom tibetischen Buddhismus herkommt. Und wenn man nicht in diesem Leben zum Arrahand wird, dann wird man natürlich auch wiedergeboren. Insofern gibt es nicht nur dieses eine Leben. Es gibt eine endlose Anzahl von Leben. Und wenn ihr dem Bucho glaubt, dann werdet ihr niemals die Befreiung finden. Ihr werdet ewig in diesem Kreislauf von Leben und Tod feststecken. Um Gottes Willen. Und dann ist der Bucho auch noch politisch unkorrekt. Was er da zur LGBTQI Plus zu sagen hat und zur kritischen Rassentheorie. Reaktionär, um Gottes Willen. Aber wie gesagt, der Dalai Lama ist da auch ein bisschen altmodisch. Vorsicht, liebe Leute, wenn ihr euch hier zum Sensei macht. Weiß nicht, ob ihr hier die Zuschauer anspricht oder ob er das Gefühl hat, dass sich der Muho da zum Sensei macht. Wie dem auch sei. Muho spricht nicht für den, in Klammern, Zen-Buddhismus. Muho spricht für sich. Toll, dass du das erkannt hast. Danke, dass du das mit uns teilst. Denn mir war das von Anfang an klar. Und ich habe das auch immer versucht, so rüberzubringen. Aber wahrscheinlich war es nicht allen Zuschauern klar. Insofern, bitte nehmt euch diesen Kommentar zu Herzen. Was der Typ sagt, ist 100% richtig. Also ob es mir wirklich gelungen ist, den Buddhismus zu entkernen oder nicht. Ob ich das von mir behaupten darf, weiß ich nicht. Aber das ist zumindest die Richtung, in die es hier geht. Den Buddhismus entkernen. Das Leben ist wunderbar. Womit man den Leuten auf den Nerv gehen kann. Also manche Leute stört es, wenn man sagt, dass das Leben unzufriedenstellend ist. Und wenn man dann sagt, dass es wunderbar ist, dann sind wieder andere beleidigt. Aber okay, danke für diesen Kommentar. Es wird leider immer wieder vergessen, dass der Muho vollkommen in der Irre steckt. Ein Heretiker. Und der scheint noch nicht mal Probleme damit zu haben. Um Gottes Willen. Danke für alle, danke an alle von euch, die trotzdem noch dabei sind. Die trotzdem noch diesen nihilistischen Irrlehren täglich folgen. Oder vielleicht nicht täglich, aber ab und zu mal. Danke dafür und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.